Herzlich willkommen, Herr Ronald Kretz. Ich freue mich sehr, dass Sie die Zeit gefunden haben für das Gespräch mit mir heute, für diese drei Fragen, mit denen wir uns beschäftigen möchten. Wir befinden uns aktuell in der Bibliothek des Goethe-Instituts Barcelona. Direkt neben uns ist der Veranstaltungssaal, der jetzt heute zum ersten Mal seit sehr langer Zeit wieder bespielt werden kann. Und das ist zeitlich sehr passend zu Ihrem Arbeitsbeginn hier, denn Sie sind jetzt seit 1. Oktober Institutsleiter des Goethe-Instituts Barcelona. Und da würde mich interessieren, wo waren Sie vorher und was ist Ihre besondere Beziehung zur Stadt Barcelona? Ich war vorher und zwar 13 Jahre aus privaten Gründen, so lange Generalsekretär des Instituts für Auslandsbeziehungen in Stuttgart und davor am Goethe-Institut als Leiter in Portugal. Es war mein großer Wunsch, nach Barcelona zu kommen ans Goethe-Institut und zwar nicht von ungefähr. Ich war hier schon mal, nämlich Mitte der 90er Jahre habe ich hier schon einmal als Sprachlehrer damals gearbeitet und habe mich in diese Stadt sehr verliebt. Ich bin ein großer Fan Barcelonas, Kataloniens und meine Frau ist Katalanin aus dieser Zeit, übrigens am Goethe-Institut kennengelernt. Ja, wenig überraschend, dass Sie dann so eine intensive Beziehung zu dieser Stadt haben und auch schön, dass Sie dann nochmal hergefunden haben. Mich würde interessieren, welche Themen jetzt für die weitere Arbeit am Goethe-Institut der kulturpolitischen Arbeit Ihnen ganz besonders am Herzen liegen? Also zunächst mal möchte ich gerne mit sehr vielen Kolleginnen und Kollegen und Partnern sprechen, um mit Ihnen gemeinsame Themen zu entwickeln, die für hier relevant sind und wozu es sich lohnt. in meinem Verständnis sehr prozessorientiert, also wenn Sie so wollen, ko-kreativ Dinge gemeinsam anzugehen. Man könnte natürlich jetzt sagen, mir liegt die Klimafrage sehr am Herzen, wie mir viele andere Fragen von Nachhaltigkeit oder Kolonialismus oder die zunehmende Entwicklung der Welt hin zu mehr Autokratien oder Diktaturen. Was mich daran interessiert ist, gibt es kulturelle Ursachen für diese Entwicklungen und zweitens kann eine Kulturarbeit, wie sie das Goethe-Institut betreibt, helfen, diese Themen, ich sage, zu bearbeiten, zu lösen, weiß ich nicht, aber zu bearbeiten und zu Bewusstsein zu bringen. Ich will ein Beispiel geben. Der Klimawandel ist auch geschuldet unserem Begriff von Fortschritt. Was wir als Fortschritt empfinden, ist wiederum ein kultureller Begriff. Und also sind es auch kulturelle, sagen wir gesellschaftliche Selbstverständnis-Diskurse, die diesen Klimawandel mit verursacht haben. So, jetzt müssen wir das Ganze umdrehen und sagen, können wir das mit kulturellen Mitteln, mit ästhetischen Mitteln, mit diskursiven Mitteln bearbeiten. Das fände ich zum Beispiel eine kluge Art und Weise, mit Themen umzugehen. Ansonsten glaube ich, auch nach der Corona-Zeit, dass wir raus müssen aus dem Institut. Ich freue mich sehr auf die Veranstaltung heute Abend hier. Es ist toll, einen Raum zu haben, ganz wichtig. Aber ich bin auch ein großer Freund der Kunst und Kultur im öffentlichen Raum, sodass wir auch in dieser Stadt wirken müssen. Das liegt mir am Herzen. Und als Drittes, wenn Sie so wollen, ich kann da gar nicht anders, ist es immer europäisch zu denken. Ich finde, wir sind ein Institut. Ich empfinde mich nicht als deutsches Institut in einem traditionellen Sinne, sondern als ein europäisch orientiertes Institut deutscher Provenienz, wenn Sie so wollen. Also die Aufgabe oder unsere Aufgabe sehe ich auch darin, gemeinsam mit den anderen europäischen Partnern hier über ein Europa der Kulturen nachzudenken. Auch ein Europa, das sich nicht an Staaten orientiert, sondern an Kulturräumen, Wissensräumen, verdichteten Kommunikationsräumen, historischen Räumen, sprachlichen Räumen. Ich glaube, wenn man das wertschätzt, dann ist man auf einem, also dann, glaube ich, ist die Arbeit eines solchen Instituts wie des Goethe-Instituts sehr sinnvoll. Ja, vielen Dank. Da sprechen Sie auf jeden Fall viele Themen an, die uns allen, glaube ich, sehr mit einem Blick auf die Zukunft am Herzen liegen. Und mit diesem Blick auf die Zukunft, was wünschen Sie sich denn für Kulturschaffende spezifisch jetzt für diese Post-Covid-Ära, die uns erwarten wird? Also wo immer es geht, werden wir, will ich auch gerne persönlich mich dafür einsetzen, Kulturschaffende zu unterstützen. Ich hoffe, dass Sie diese Covid-Zeit ökonomisch, künstlerisch, persönlich gut überstanden haben und wir wieder mit Ihnen arbeiten können. Wir brauchen diese Künstlerinnen und Künstler. Wir brauchen diejenigen, die mit ästhetischen Mitteln uns Erkenntnismehrwerte verschaffen, die wir ohne sie nicht hätten. Das sind ja Vordenker. Und insofern werden wir und müssen wir sie und wollen wir sie unbedingt unterstützen. Von daher freue ich mich auch, wenn Interesse an unserer Arbeit von Künstlern besteht und wir zusammen entwickeln können, wie wir sie natürlich auch unterstützen, aber vor allen Dingen mit ihnen zusammenarbeiten. Ja. 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 Untertitelung des ZDF, 2020